Du und der Gegner habt keine Arme. Angriffe mit Arme sind deaktiviert, X-Rays sind deaktiviert. Das heißt, man kann die... Oh Gott, ich versuch zu schlagen. Wie geil! Krüppel, geile! Ach, das ist Jade. Haha, und ich wundere mich, warum die Combo nicht funktioniert. Ja, ich brauche ja Kick-Kombos. Ja, ist bei Jade ein bisschen schwer. Ja, stopp mich mal. Okay. Hat's dir getan. Und das Blut spritzt und spritzt und spritzt. Das ist nicht leicht. Weiß ja nicht leicht. Du kannst nur deine spezielle Text verwenden. Lass mich raten, mein Gegner kann alles verwenden. Nichts an dir gefällt mir. Es ist nicht einfach cool zu sein. Hab ich gesagt, der kann alles machen? Was macht die da? Warum kann ich das nicht benutzen? Was macht die da? Was macht die da? Voll in die Fresse. Ich hab ein X-Ray. Oh. Boah. Geschafft. Portality. Grrrr. Geh zur Seite. Ich muss durch das Portal. Dieses Portal ist für alle außer Shao Kahn gesperrt. Wir werden sehen. Geh zur Seite. Das ist gut. Ja, ich hab das. Zwei. Drei. Klar. Oh. Ja, genau. Ja, genau. Ich weiß nicht, das ist klar. Ja, genau. Noch noch erwischt. Oh, klar. Nee, ist klar. Ja. Ich hasse es, ich hasse es. Oh je. Ich brauche ein bisschen mehr Abwechslung in den Kombos. Hm. Mach doch genau was da steht. Y-B-A. Hm. Oh, meine Steuerung ist falsch. Fällt mir gerade mal auf. Warum auch immer meine Steuerung sich jetzt umgestellt hat, ich weiß es gerade nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig gerade. Wieso? Hm. 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 Geht so nicht. Komisch, warum stellt sie meine Steuerung einfach so um? Ich habe gar nichts gemacht. Troller. Tritt vorne, Tritt hinten, Wurf. Eigentlich alles richtig. Oh, die Kombo ist auch ziemlich stark. Ah, der Tritt muss treffen, damit die Kombo funktioniert. Oh, ich hätte die Kombo machen können. Och, da springt der hoch. Warum? Ach, nur so eine kleine Information am Rand. Heute in der Nacht wird der neue Modern Warfare 3 Trailer released. Sollt ihr euch mal reinziehen? Oh, das wird die Weltpremiere sein. Ich werde schon alle schreienden Fanboys hören. Und wieder sagen, oh, ich bin scheiße, kacke, spawn mies. Aber wir kaufen uns das auch eh alle. Kann es doch egal sein. Oh, noch drei. Ja. Wunderschöne Kombo. So muss das sein. Ja, und wenn Modern Warfare 3 rauskommt, werde ich auf jeden Fall ein Playthrough machen. Online-Gameplay. Könnt ihr schon gespannt sein. Tritt Cash 20 Mal ins Gesicht. Ich bin nicht dein Baby. Ich bin nicht dein Baby. Guck mal, ob ihr so Kopf nicht davon erzählt. Natürlich nicht. Das war auch irgendwie nicht richtig. Oh ja.